Das fühlt sich so warm an! Wieso fühlt sich das warm an? Alter! Ja! Boah, gleich 4, eh? Los gehts, furzlaut! 700 was? 500? 160. Okay, gehen wir erstmal auf... Alter, wir machen da kommt der Mensch! Wir müssen unbedingt mal unser Zeug aufrüsten! Irgendwie sind wir zu schwach! Ich bin nicht schlecht neuer! Noch ein Tannastan? Okay! Oh oh! Oh krass! Du siehst ziemlich im Arsch aus! What the fuck! Ich hab ein gutes Gefühl bei der Sache! Was ist denn? Sag einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten! Langsam wird es kein Sicht zu ergeben! funktioniert das und wir einfach dazu machen wir ihn machen so wurde für da trotzdem seinen Angriff aus oder aber das ändert nichts jetzt oder stößt ihn das zurück sie zurück stößt dann muss das ja was bringen aber ein nächstes mal bitte ein bisschen mehr Herzblut auf sie wunderbar um mit dem hier das ist ein spiel zu schwach also dann werden die vielleicht mal freunde Nö, das war gar nicht. Boah, krass. Oh, ab geht's! Ich bin drin, okay. Boah! Boah, fuck. Boah, gibt's mal? Boah! Boah! Irgendwie geht. So, den hören wir mal wieder zurück. Ah, ah, ah. Oh. Was würde aus diesen Tonnen Schutt und Asche machen? Ach so, als haben wir es keinen. So, wie jeden Fall aus dem Weg geht und... Sind deine Laser auf Aufbauung gestellt? Gib mal mehr Gas, Human-Kind. Alter, kümmer dich um deinen Scheiß. So, wir gehen mal hier hin und... 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 Du, 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 du... Nein, nein. Äh... Wir haben nichts mehr zum Heilen. Scheiße, oder? Extremes Gegengift. Weißt du? Wir haben nichts mehr zum Heilen. Wir haben nichts mehr zum Heilen. Du kannst gern was cooles machen. Ja. Ja, ganz was. Äh... Ah, verdammt. Und... Ich geh dran, wenn ich dir das nächste Mal wieder zeigen will. Dankeschön. Oh. Wenn du vielleicht ein besseres nehmen sollen. Sozusagen gleich wieder dauern, oder? Vielleicht mal hinter uns bringen? Als ob du was besseres vorhättest. Äh... Kriegen wir ihn da rein? Nein. Aber wir kriegen den, glaube ich, auch mit einem normalen Anschluss rein. Okay. 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 Was dramatisches Trampeln. Okay. Ja. Kann ich nicht gerne wissen, dass du total schwul bist? Jetzt, was du zerfängst. Okay. Wir kommen nicht vor ihn. Aber wir können die Attacke nicht. Ja. Das ist nicht so viel. Das könnte brennen. Rutsch nicht auf deinem Eingeweiden aus. Wäre schade, wenn du hinfällst und dir wehltust. Ja. Das wäre ganz schade, ne? Zeit für die Laser. So. Wollen wir es bauen? Alter. Wir müssen dann unbedingt mal gucken, dass wir ein bisschen stärker werden. Das ist eine hübsche Leitschung. Das ist eine hübsche Leitschung. Ja, das wird doch passieren. Wir können vorher nochmal angreifen. Oh, ein bisschen. So, Quake. Willst du es melden? Du darfst. Hau rein! Krass. Die Läuse. Also. Wirklich. Dankeschön. Ich verzichte. Bei ihm. Ei. Übrigens. Ähm. Also, okay. Wir müssen mal in unsere. Unsere Kräfte. Wirklich. 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 Wir haben noch so ein Puppelteil drin. Okay. So ein klein Platz. Ähm. Mal gucken. Wir haben. 4,60. Ähm. Der bringt Rückstoß und Elementar. Der bringt gar nichts. Der bringt 43 Rückstoß. Boah. Das ist gut. Der Rückstoß haben wir. Wirklich. mit den zwei Attacken. Beifaltigkeit der Besinnung. Wenn wir nehmen, den mit dem 42 Prozent Rückstoß. Wenn wir vielleicht mal vorher tun sollen. Sonsten. Das ist etwas Neues gefunden. 1. wo ist das auch besser er gibt uns 10 10 bei heilung und was ist das andere kritischer schaden er gibt uns heilung plus was ist das jetzt ohne verbündeten gesundheit die steigt dafür fällt der kritische schaden der demo war die gesundheit für unsere member die ich glaube nicht schlecht wollen wir daher auf den wechseln um das wieder zu kriegen das lohnt nicht ja was besseres inzwischen aber hier können wir die ja auch immer auch die großen reinpacken die rückstoß kombo schaden wieder werden natürlich insgesamt stärker das ist aber trotzdem auf die 60er wir leben unsere ganzen rückstoß kombo schaden wir wollen wieder ein bisschen was dazu die geben wir hier auf den 50er haben wir vorher schon der anderen seite und den krieg mal abhalten dran acht dann sind wir zu reden was unsere kräfte aber auch die attacke der plasmastrahl da ist nämlich schwache zwei moment rückstoß elementar mit dem vielleicht austauscht gegen einer von unseren beider tagten der schnitt dreh hier macht bluten und 87 schaden 104 und gegner für schaden wird unsichtbar weil du nicht weil du nichts gesehen hast sind eigentlich zum sinnvollsten aus aber Wir haben schon zwei Angriffe, bei denen wir direkt davor stellen müssen. Ich hätte gerne noch wenigstens im dritten, der hat so ein bisschen Abstand, also würde ich auf den hier wechseln. Der ist auch mit Bluten und Getreie in jede Richtung. Ich glaube, das passt am besten. Genau. Mal gucken. Machen wir uns mal ein bisschen Medizin, oder? Auch die Fakten. Da kann ich auch mal ein bisschen was. So, die 260er vor allem, geben die den Rückstoß-Gomboschaden. Ich bin schon der Treffer-Schaden. Nochmal 44er Rückstoß. Sehen wir mal her. Dann gucken wir nochmal. Der gibt... So, wir können es einfach mehrmals herstellen. So. Ich werde es auch mal her. Wir haben mehr als genug Material zum Herstellen. So viel gibt es Kuppe, Markus Übel. Das kann ich auch mal herstellen. Das mache ich schon mal normal. Da haben wir zwei, stellen wir noch eins her. Wir brauchen die Makaronis, eh, für nichts anderes. Gegengift haben nur eins. Äh, äh... 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 Das ist ein Wunderarschanzug. Okay. Äh... Und wir brauchen was zum Heilen. Und wir brauchen was zum Heilen. Burrito. Steppkönig. Eine kleine Menge. Ein drittes. Äh... Ne, wir können ja auch zwei pro. Egal. Wir haben jetzt drei. Dann verbessert das Gegengift. Brauchen wir ja nicht. Wir haben eine extreme. Äh... Äh... In mittlerer Menge Gesundheit wiederher. Wie wir die erst mal machen. Wir sind ja schon 13. Jetzt so. So Burritos. In kleine Menge. Gesunder wiederher. So, das war es ja schon. In mittlerer Menge Gesund. Davon stellen wir ein bisschen was her. So, da haben wir unser Inventar mal wieder aufgefüllte. Wiederbelebensserum. Können wir auch noch eins machen gleich. Wir haben das Hammer, ne? Weil hier gibt es ja eh kein besseres. So. Rito brauchen wir nicht. Noch besser das Gegengift. Wir haben sechs. Wir haben schon drei. Davon nur noch fünf. Wiederbelebensserum. Gut. Dann sind wir eigentlich erstmal ausgerüstet, oder? Und können dann jetzt hier nur noch schnell. Nordmann Anzug. Uh, das sieht gut aus. Das ist echt gut aus. Mit meinem Helm. Auch schick. So, da haben wir alles. Ah, hier sind wir auch was zu haben. Ah, ja. Wir haben von allem glaube ich mehr als genug im Moment. So, jetzt sind wir noch mal in die Artefakte. So, da haben wir auch noch. Oh, da haben wir auch noch massig gefunden. Inzwischen. So, wir haben ja noch ein paar 61er gekürztet, ne? Der Infernalzeit gibt es 44. Der Verlierer ultimativ Kraft der Holung. Ja gut, die benutze ich jetzt sowieso nicht so oft. So, der hat auch 44. Weil der macht uns insgesamt, ja gut. So, aber muss mal gucken. Einer von denen war doch nutzlos. Den nutzlos habe ich nicht benutzt, ne? Einer von denen hatte keine Statuse, ne? Große Faust. Ja gut, aber das sind 101. Also, den lasse ich mal drin. Neu. 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 überall plus 20 und verlieren ein bisschen leben das mache ich mal das scheint sich doch zu lohnen so jetzt immer noch viel mächtiger so welchen klose denn ja guck mal mein boss jetzt gehen wir erstmal auf die sissi meinen Datenvolumenvertrag deaktiviert. Mein Handy ist tot. Nein, wie konnte das geschehen? Ich stehe den Mobilfunkanbieter zur Rede. Ich kann das nur nicht alleine. Ich brauche dabei deine Hilfe. Nur du allein verstehst mich. Oh Mann. Ja, ein... Wir sind doch heute, oder? Zu spät, keine Widerrede. Eins noch. Dieser Amrath ist dem Feuer der Freundschaft geschmiedet. Er gibt dir Kraft. Erkobtes Artefakt auch bei dir. Gerade unsere Artefakte neu sortiert. Oh, ne. Ach. Dann vergess sich das. Okay. Da gibt es ja den großen Rückstoß. Er gibt uns nicht so viel. Guck mal, was uns das gibt. Der Ventarschaden und das andere ist ultimative Krafterholung. Na gut, dafür verlieren wir einen 10er Rückstoß. Und ein bisschen Status ist. Aber wir gewinnen natürlich. Und die Schandenwerten. Der hat 7, 6, 7, 30. Oh ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Lohnt sich. So, blöde Co. So, dass wir uns auch nicht die Sekunde eher geben können. Und sind. Hallo. Hm. Wir sind schon. Aber wir müssen runter zum Telefon und wieder. Also einfach nach links. Im Telekom-Shop. Und sind. Durch den Selbstjustizler haben wir was, an das wir glauben können. Jawohl. Da kommst du nie, reich ein Verblödi. Denkst du aber, ob los, du? Wir brauchen. Na, wir analysieren. Übereinstimmung. Du Scherb. Ich rufe dich. Was machst du da unten? Du Scherb. Halt gut fest. Ich verkassiere alle meine Kräfte. Ja. Das weg. Unfair. Du hast ja echt super Kräfte im Arsch. Ich muss weg. Ah. Weischei. Das steht jetzt hier rum, oder? So. Wir gehen endlich in die Bank. Es soll nächste Woche regnen. Wir haben den Teller nicht mehr gegessen. Wir nehmen im Bett. Ja. Ja. Hitler. Hihi. Welche Leute? Was? Credit Crunch Chips. Kaffeeweise 1%. Ja. All your dollars make sense. Ja. Ich werde hier von Next Teller. Äh. Ich muss hier einfach hintergehen. Da. Das kommt schon. Auch mal rum. Eckeres Leber auf. Was die falsche Konten. Gott. Das ist aber scheiße. Und hier nicht anstehen. Herrlich den ganzen Tag ist zu ärgern, Kumpel. Was geht man? So mit keinem reden. Ah, hi. Hoffentlich kümmert sich jemand um die Beziehungsprobleme meines Sohnes. Ich würde es ja machen, aber ich will nichts posten, solange es Craig so schlecht geht. Ach, Craig. Ich habe mal überlegt, wessen Mutter das denn ist? Ich muss es ja sehen, weil Cartman sinkt da gerade. Ja. Ja. Oder war es die Handpuppe? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Ja. Ich kann doch nicht und denn ein bisschen mehr an. Oh, kein Beamter. Nein. Wir können einfach. Hä? Wir gehen einfach noch. Nein, wir gehen einfach noch mal. Hi, bin wir da. Doch, stop,ãyleet. Wenn ich meine Mobilgeräte nicht nutzen kann, kann ich dieser Stadt nicht retten. Ja, 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 genau. Oh Gott, oh mein Gott. Oh nein. Jetzt sieh dir die Cremes. Oh, jetzt kommen wir erst bei uns in deinen Kräften. Du kannst halt ein paar Sachen schicken. Wir können auch die Leute ane und an das Dumpsschit. Well, wie ist die Charakter-Siege? Ich habe Sie bereits in der Duell-Classe. Ich habe nichts mehr zu reden. Tent-Man! Dengan zu mir, warte Puppies. Ich werde 20,000 Dollar beobachten, aber ich brauche nur ein paar Hundert für das. So wüsste ich mit dem anderen? Go in Paris, get a Penal Enhancement, und f*** French-Jicks. Super Craig.